Schleiß 8.1, zweiter Zugabschnitt A-C Einfahrt, RB38 nach Bisschen. Schleiß 8.1, zweiter Zugabschnitt A-C Einfahrt, RB38 nach Bettburg über Merkheim, A-C Einfahrt 17.29. Schleiß 8.1, zweiter Zugabschnitt A-C Einfahrt 18.1, zweiter Zugabschnitt A-C Einfahrt 18.1, zweiter Zugabschnitt A-C Einfahrt 18.1. Schleiß 9.1, zweiter Zugabschnitt A-C Einfahrt 18.1, zweiter Zugabschnitt A-C Einfahrt 18.5.